In der frühchristlichen Zeit wurden Gläubige auch Heilige genannt. Und mit der Zeit hat sich diese Bezeichnung immer mehr verwässert. Einige nennen sich Gläubig oder auch einfach nur Fromm. Aber die Bibel nennt Gläubige, wiedergeborene Christen als Heilige. Und nicht, weil sie ihre eigene Heiligkeit besitzen, sondern weil sie die Heiligkeit Gottes als Status empfangen haben. Weil Gott selbst heilig ist, müssen auch wir heilig sein. Und so heiligt Gott seine Gläubigen, seine Kinder. So heiligt Gott seine Kinder. Wir lesen im 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 16, Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Bist du heilig? Kennst du diesen heiligen Gott? Dann ist der Aufruf an dich, jage der Heiligung nach. Egal ob reich oder arm. Ob du gebildet bist oder ungebildet. Verheiratet, unverheiratet. Bist du ein Heiliger in den Augen Gottes? Bist du diese Heiligkeit Gottes empfangen? Ja, am Ende zählt nichts anderes, als bist du von Gott gerechtfertigt worden. Bist du gerecht gesprochen vor ihm? Denn in der Zeit wird es wichtig für dich, ob du ein Christ niemals auf der Erde vollkommen heilig sein wird. Und streben wir der Heiligkeit nach. Nichtsdestotrotz, dass ein Christophon niemals auf der Erde vollkommen heilig sein wird. Aber wir wollen und streben an dieser Heiligkeit. Und das nennt die Bibel Heiligung. Und die Bibel nennt es auch die Predigt, habe ich benannt, Gottes Wille ist deine Heiligung, Teil 2. Es gibt sicherlich beliebtere Themen, die man sich angucken könnte aus der Bibel. Aber für deine Seele gibt es nichts Wichtigeres, als das Thema Heiligung. Gott ähnlicher zu werden. Wir wollen uns heute die Heiligkeit nochmal neu anschauen, die Heiligung praktisch betrachten. Wir schauen an, dass wir einen heiligen Gott haben. Dieser heilige Gott erheiligt seine Kinder. Und er fordert von ihnen Heiligkeit. Er beruft sie, aber er befähigt sie auch dazu. Und dadurch sind wir auch dazu befähigt und aufgerufen, die Sünde in unserem Leben zu töten. Und das sind diese drei Aspekte, die wir im Wochenblatt sehen können, die wir uns heute anschauen wollen. Die Heiligkeit Gottes, die Heiligkeit des Gläubigen und die Heiligung ganz praktisch in einem Aspekt. Und das ist die Heiligkeit, die wir als Kinder Gottes erfahren haben und als Status besitzen. Und das ist ganz praktisch, wie Heiligung passiert, wie Heiligung geschieht. Das ist durch die Abtötung der Sünden. Und dann sehen wir, wie das Auswärtige in unserer Welt passiert. Es passiert durch die Erinnerung der Gräche in unserer Welt. Nun, Heiligkeit ist das Wesen Gottes. Итак, Святость ist ein Attribut Gottes. Nun, wir wollen Gott nicht in einer Eigenschaft reduzieren, aber es ist sehr offensichtlich, dass Gott sich als der Heilige vorstellt. Viele Christen haben noch nie ernsthaft über Gottes Heiligkeit nachgedacht. Und das hat Auswirkungen auf ihr Leben. Sie streben weder selbst nach Heiligung, noch haben sie irgendwie eine große Sicht oder eine hohe Sicht von Sünde. Von unserem Gottesbild hängt auch unser Lebensbild ab. Nun, die Heiligkeit Gottes ist etwas, das wir nicht einfach definieren können. Ihr kennt das ganz gut. Wenn ihr ein Bild habt, dann sagt ein Bild meistens mehr als tausend Worte. Und so ist es mit der Heiligkeit Gottes. Wir können sie nicht in Worte beschreiben, bis wir sie nicht in Herrlichkeit gesehen haben. Aber wir können als Menschen etwas davon verstehen und verinnerlichen. Und das wollen wir jetzt tun, indem wir uns einige Stellen anschauen. Die erste Stelle ist in Isaiah Kapitel 6. Wenn Menschen in der Bibel mit der majestätischen Heiligkeit Gottes konfrontiert wurden, waren sie sprachlos und erschrocken. Wir lesen in Isaiah 6, die ersten drei Verse lese ich mit uns. Isaiah, 6, главa, 1, 3, Stich. Im Todesjahr des Königs Uzziah sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckten sie ihr Angesicht. Mit zweien bedeckten sie ihre Füße. Und mit zweien flogen sie. Die Heiligkeit Gottes bedeutet, dass er majestätisch, herrlich und schön ist. Er ist einzigartig. Er ist herrlich, wie es in dem Vers steht. Und Isaiah betritt hier den Tempel und er begegnet den Herrn, den ewigen König, auf eine wundersame Weise. Und wir sehen hier Seraphim. Sie haben sechs Flügel. Und wir sehen hier Seraphim, mit sechs Flügel. Zwei bedecken ihr Angesicht. Und zwei von diesen Flügel sie bekämpfen ihre Füße. Zwei ihre Füße. Und mit zweien fliegen sie nur. Und nur mit zwei fliegen sie. Die Schrift sagt, dass niemand die Herrlichkeit Gottes sehen kann und am Leben bleiben darf. In der Bibel betrachtet, dass niemand die Herrlichkeit Gottes sehen kann und am Leben bleiben darf. Auch Mose begehrte, die Herrlichkeit Gottes zu sehen, aber Gott sagte, nur von hinten darfst du sie sehen. Johannes in der Offenbarung, er sah Gott, den verherrlichten Christus und er fiel zu Boden wie Tod. Apostol Ioan in der Offenbarung, wenn er Jesus Christus in seiner Slave sah, er sah auf die Hände und dachte, er sah wie mertig. Ob zwar diese Seraphim sind ohne Sünde, sie sind unbefleckt, aber sie können die Herrlichkeit Gottes nicht von Angesicht zu Angesicht sehen. Und somit haben sie zwei Flügel, um in der Gegenwart Gottes bleiben zu dürfen. In Vers 3 lesen wir, und einer rief dem anderen zu und sprach, Heilig, Heilig, Heilig ist der Herr, der Herrscher, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Diese wesentliche Botschaft von Jesajas Vision ist hier, sind diese drei Worte. Heilig, Heilig, und Heilig bedeutet so viel wie abgesondert oder getrennt von. Gott ist einzigartig, er ist getrennt von jeglichem Geschöpf. Gott ist einzigartig, er ist alleinig, und im Kontrast zu uns Menschen ganz besonders getrennt von jeglicher Sünde. Und er ist vollkommen heilig und fordert von allen Menschen diese Heiligkeit. Er hat vollkommen heilig, und er hat auch von Menschen zu sein. Und nur eine Wesensart Gottes wird in der Heiligen Schrift dreimal betont. Nur ein Attribut Gottes wird in einem Ort drei Mal in einem Ort in der Biblii Einige Christen würden sagen, Liebe, 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 das ist die Eigenschaft Gottes. oder Barmherzigkeit, 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 oder Milość, Milość, die Schrift sagt, heilig, heilig, heilig. Aber das Wort sagt, свят, свят, свят. Auch in der Offenbarung wird dem Lamm Christus unaufhörlich heilig, heilig, heilig zugerufen. Die Heiligkeit Gottes ist das, was ihn ausmacht. Святость Bожия ist die, die ganze Eigenschaften der Liebe, der Geduld, der Langmut, sie sind mit der Heiligkeit verknüpft. Все остальные Kачества Бога und Liebe, und Delгоterpение, und Miloheit, alles das zusammengearbeitet in der Святости. Sein Zorn wäre ohne die Heiligkeit einfach irgendeine Verrücktheit. Его Gnev без святости это было что-то безумное было бы. Seine Liebe, sie wäre ohne die Heiligkeit einfach nur irgendeine Toleranz. Его любовь без святости это была простая какая-нибудь Tolerantность. Und die Barmherzigkeit sie wäre einfach irgendeine Vorliebe. Его Miloсть это была просто может быть какое-то любовь предпочтение. Wir lesen im Vers 4, da geht es weiter in der Vision Isaias. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. In 4, мы читаем selbst tote Gegenstände die Tür Pfosten sie werden angesichts der Heiligkeit Gottes erschüttert. Aber mehr als alles andere erbebte Jesaja. Vers 5 da sprach ich wehe mir ich vergehe denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk das unreine Lippen hat denn meine Augen haben den König den Herrn der Herrscher angesehen. In der Gegenwart dieses Heiligen Gottes bleibt ihm nichts anderes als Jesaja war ein Prophet er verkündigte anderen die Rettung des Herrn er war bereits gläubig aber mit der Begegnung dieser Heiligkeit Gottes wurde erschüttert von seiner Sündhaftigkeit er sagt ich bin verloren ich vergehe wehe mir Jesaja war ein rechtschaffender gottesfürchtiger Mann aber in dieser Begegnung der Heiligkeit Gottes entschwand jegliche Selbstüberzeugung er erkannte sich so wie ein Mensch vor Gott steht er ist vollkommen verloren er ist vollkommen abgetrennt von diesem Heiligen Gott in einem Moment erhält Jesaja ein radikales Verständnis von der Sünde und deshalb ist es so wichtig über die Heiligkeit Gottes nachzudenken sie offenbart unsere Sünde wir lesen Vers 6 bis 7 da geht es noch weiter sagt er da flog einer der Serafim zu mir und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand die er mit der Zange vom Altar genommen hatte und er berührte meinen Mund damit und sprach siehe dies hat deine Lippen berührt deine Schuld ist von dir genommen deine Sünde gesühnt es gab sicherlich keinen Nerv in seinem Körper der nicht zitterte vor diesem Heiligen Gott er sah sich als ein sündiger Mensch vor einem Heiligen Gott und er hatte sicherlich nur drei Worte die er sagen kann es ist Schuld 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 vor einem Heiligen Gott aber dieser Heilige Gott ist auch ein Gott der Gnade und Barmherzigkeit Er lässt einen Menschen der seine vollkommen Hilflosigkeit erkennt nicht einfach so dastehen er unternahm sofort etwas um ihn wieder zu reinigen um ihn für den Dienst vorzubereiten wir haben gesehen dass diese Erleichterung sie bringen ihnen Erleichterung wir видим dass diese Serafime sie bringen ihm diese Erleichterung sein Akt von unverdienter göttlicher Zuwendung das was Jesaja hier erkannt hat war nicht einfach nur so nun es tut mir leid ich habe gesündigt er trug leid über seine Sünde er verabscheute seine Sünde in diesem Moment doch sie wurde ihm weggenommen sie wurde gesünd durch den Herrn den Heiligen und später sehen wir im Vers 8 da kann Jesaja nicht anders als zu reagieren und zu sagen Herr wen soll ich senden ich bin bereit zu gehen Jesaja war ein zu völlig zerbrochenes Gefäß aber Gott stellt ihn in den Dienst Gott nimmt sündige Menschen und macht sie zu heiligen für sich in Hebräer 10 Vers 10 lesen wir aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi und zwar ein für allemal Gottes und seine Heiligkeit zur Konsequenz dass er keine andere Lösung sah für die Sünde als seinen Sohn Jesus Christus auf die Welt zu senden damit er sterbe es gibt nur eine Möglichkeit um Sünde zu Sünde und dieser Heiligkeit gerecht zu werden indem man Heiligkeit mit Heiligkeit austauscht und niemand kann das für dich tun und niemand kann dir das schenken oder verkaufen wir können dir nur eine Adresse geben und das ist der Heilige Selbst wir können unseren Kindern beibringen wie man pünktlich im Gottesdienst sitzt wie man die Hände faltet und betet aber Heiligen kann sie nur Gott nur Gott kann sie von Sünde überführen und retten nur Gott kann Menschen neues Leben schenken und wisst ihr nicht jeder von euch wird in diesem Leben stehen Wir werden aber nach dem Tod vor diesem Heiligen Gott stehen und mit welcher Blöße wirst du vor ihm stehen mit welcher Selbstüberzeugung wirst du vor ihm stehen du wirst erzittern wenn nicht Jesus Christus deine Gerechtigkeit ist Lerne diesen Heiligen Gott kennen bete um einen Hass gegen Sünde Lerne diesen Heiligen Gott immer mehr kennen und bete für einen Hass gegen Sünde Sünde ist etwas das bei Gott nicht verjährt es wird nicht vergessen oder es verbleicht nicht es nimmt nicht an Farbe ab sie muss von Jesus Christus gesünd werden durch Jesus Christus gesünd wir haben jetzt gesehen dass Gott in seiner Natur heilig ist und auch dass die Dinge die Gott für sich aus erwählt und diese heiligt und sondert er für sich aus Heiligkeit Gläubige sind berufen und befähigt ist der zweite Punkt nun weil Gott heilig ist müssen auch seine Kinder heilig sein wir 1. Petrus 1. Vers 15 1. Petrus 1. Vers 15 1. Gott er beruft uns zu der Heiligkeit und er gibt uns ein Muster Doch er beruft uns nicht zu unserer eigenen Heiligkeit Nun Christen sind nicht wie die Sonne sie sind wie der Mond hat an sich keine Leuchtkraft Lünen Sondern da muss die Sonne sein, die diesen Mond bestrahlt und dann leuchtet der Mond und gibt diese Strahlen der Sonne ab. So ist es mit der Heiligkeit von Gläubigen. Sie haben nicht ihre eigene Heiligkeit. Wir strahlen nur die Heiligkeit aus, die Gott in uns durch seinen Geist wirkt. Viele Christen denken aber zum anderen, dass sie ab dem Zeitpunkt der Rettung alles alleine tun müssen. Und Gott, er sitzt irgendwo auf der Tribüne und er bejubelt sie. Doch dem ist nicht so. Gott, er beruft und er befähigt zur Heiligung. Wir lesen in Galater 3, Vers 3. Galater 3, Vers 3, da sagt Paulus, Seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden. So viel habt ihr umsonst erlitten, wenn es wirklich umsonst ist. Galater 3, Vers 3, da sagt Paulus, Es ist so, dass ihr so unverständlich im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden. So viel habt ihr umsonst erlitten, wenn es wirklich umsonst ist. Paulus, da sagt nichts anderes, ihr seid durch Glauben errettet und ihr wollt jetzt durch eigene Werke euch heiligen. Paulus, da sagt nichts anderes, wie, neужели вы nicht понимаете, dass ihr euch heiligen durch ihre Heiligen durch religiöse Handlungen, durch Zeremonien, durch irgendwelche religiöse Dinge, durch irgendwelche Zeremonien. Er sagt, seid ihr verstandslos? Er sagt, ihr habt ihr verständlich? Früher, als du ohne Gott gelebt hast, hast du dich alleine bemüht, vor ihm gut zu sein. Heute tust du es aus der Kraft, die Gott durch den Heiligen Geist dir darreicht. So sagt er in Vers 5, in Kapitel 3, der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, tut er es durch Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung vom Glauben. Und in Galatans 3, 5, er sagt, der selben Heiliger Geist, der dir Frieden gegeben hat, der dir neues Leben geschenkt hat, er wirkt auch heute noch, um dir zu helfen, gegen Sünde zu kämpfen, um Christus ähnlicher zu werden, du hast Dynamit in deinem Körper, wenn du Christus kennst. Und so kann er dann auch sagen, in Kapitel 5, Vers 16, in Galata, ich sage, aber wandelt im Geist, so werte die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Und deshalb sagt Paul in 5, Galatans 16, ich sage, поступайте mit dem Geist, und ihr werdet nicht das Verkündigung der Heiligen Geist. Den Heiligen Geist im Leben eines Gläubigen nicht wirken zu lassen, es gleichzusetzen, wie als wenn ich den Hauptstromkasten meiner Wohnung deaktiviere. Ich hätte eigentlich in 20 Steckdosen jeweils 230 Volt. Aber ich nutze sie nicht. Der Christ, er ist durch den Heiligen Geist befähigt, sich zu verändern. Und jeder christianin erhält wirklich durch den Heiligen Geist durch den Heiligen Geist und durch den Heiligen Geist die selbst mühselig in die Pedale treten, um den Berg hochzukommen. Christiäne sind nicht wie Velocipedisten, die mit seiner eigenen Kraft schreiten, um die Pedale zu fahren, um zu fahren, um zu fahren. Der Christ ist durch den Heiligen Geist wie ein Autofahrer. Er hat ein Fahrzeug von tausenden Kilos. Er hat ein Fahrzeug, das tausende Kilometer wiegt, das tausende Kilometer fahren kann. Aber dieser Fahrer, er benutzt diese Pedale, um voranzukommen. Der Christ, er hat den Heiligen Geist und er kann durch ihn Veränderungen in seinem Leben sehen lassen. Er hat die Mittel, um in der Heiligung zu wachsen. Und wir haben letztes Mal gesehen, was es bedeutet, voll Heiligen Geistes zu sein. Und den letzten Mal haben wir mit den Geist was bedeutet, dass es sich vollem Heiligen Geist zu sein. Du gibst dem Geist Raum in deinem Leben, du bist dem Wort Gottes Gehorsam. Du gibst dem Geist Raum in deinem Leben, du bist dem Wort Gottes Gehorsam. Und du unterstellst deinen Willen immer mehr dem Wort Gottes. Und du unterstellst seine Wille dem Wort Gottes. Du siehst dich abhängig, du bittest Gott um Gott. Und du bist ihm gehorsam. Und wenn du ungläubig bist und den Geist Gottes nicht besitzt, dann ist wahrscheinlich biblische Veränderung gar nicht möglich. Wachstum in der Heiligkeit, der Aufruf zur Heiligung ist ein Aufruf an dich, der du gläubig bist. Wenn du keinen Frieden mit Gott geschlossen hast, dann ist der Aufruf zu glauben und umzukehren. Es gibt keinen wiedergeborenen Keksgrad oder Rechtfertigungsgrad. Es gibt keine Grade der Wiedergeburt. Aber es gibt einen Grad der Heiligung. eine Folge von dem neuen Leben mit Christus. Und somit ist dieser Prozess, er beginnt mit der Wiedergeburt mit dem Glauben an Christus. Und somit kommen dann die Aufrufe aus der Schrift an dich, wenn du Gott kennst, diese Kraft in Anspruch zu nehmen und gegen die Sünde zu kämpfen. Und somit ein Aspekt der Heiligung ist ein Prozess der Abtötung eurer Sünde. Von einem wahren, wiedergeborenen Christen wird Heiligung nicht nur gewünscht, sondern erwartet. Wieso? Weil sie hierzu berufen und befähigt wurden. Das heißt, immer dann, wenn wir davon lesen, dass Paulus dazu aufruft, dieses oder jenes zu tun, dann spricht der Angläubige. Und jeden раз, wenn wir in der Biblii sagen, wo Apostel Paul sagt, сделайте das oder das, wer von euch als Kind wollte nicht schon mal erwachsen sein? Nun, sein eigenes Leben bestimmen wollen. Ich sagte meinen Eltern irgendwann mal, ich will das Kindergeld für mich haben. Ich sagte meinen Eltern sehr, sehr gerne, dann wirst du ab sofort selbst einkaufen gehen, die Miete oder einen Teil der Miete zahlen, du wirst die Stromgebühren zahlen, Briefe beantworten und vielleicht noch Steuern zahlen und Naloge platen. Nun, so ist es als Christ, du hast eine neue Berufung bekommen, eine neue Verantwortung, eine neue Verantwortung, du hast die Befähigung in der Heiligung zu wachsen, so lebe deiner Berufung entsprechend und lebe gemäß deiner Identität. Wir haben verstanden. In der Heiligung geht es darum, dass der Christ das wird, was er bereits ist und in Ewigkeit vollkommen sein wird. Aus diesem Hintergrund sprechen wir dann von einer Abtötung der Sünde. Wir lesen in Römer 8, das ist ein wichtiges Kapitel in diesem Thema, aber ich will zwei Verse lesen, Römer 8, 13-14. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben, wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sind, die sind Söhne Gottes. In Römer 8, 13-14 steht, wenn ihr leben, lebt, dann sterbt, wenn ihr lebt, lebt, dann lebt, denn er sagt hier nicht, dass Gläubige ihr heil verlieren können, weil sie gemäß dem Fleisch leben, sondern er macht hier eigentlich einen Unterschied, dass es einen Unterschied gibt zwischen Gläubigen und Ungläubigen und Ungläubigen. Die Ungläubigen wandeln gemäß ihrer Natur, also dem Fleisch. Die Söhne Gottes aber leben gemäß dem Geist, Gäubigen und Söhne Gottes unterstellen ihr Leben dem Geist Gottes. Und das tun sie, indem sie ihre alten Verhaltensweisen töten. und sie tun sie das tun, sie tun sie durch den Geist die Taten des Leibes in den Tod. Und das ist der einzige Tod, den Gott autorisiert. Und das ist eine eigene Sünde. Entweder tötest du die Sünde in deinem Herzen oder sie wird dich verderben. Wir lesen im Kolosser 3, Vers 5 ein sehr bekannter Vers. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. In Kolosser 3, 5 und im Vers 7 sagt er unter ihnen, seid auch ihr eins gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Ihr wart doch dort, jetzt hört auf und lebt in diesem neuen Leben. Und nun, wie machen wir das? Wie geben wir unsere Sünde in den Tod? Erstens, betet und wacht ohne Unterlast. das ist, in der Nacht, als Jesus überliefert wurde, sagt er seinen Jüngern, betet, dass ihr nicht in Versuchen fallt. Und hat sie gebetslos und schlafend. Und später wissen wir, was mit den Jüngern geschah. Gebet ist ein tiefer Schlag gegen unsere Sündhaftigkeit. Und Jesus sagt immer wieder, betet und wacht. Das ist immer wieder, woran wir uns erinnern müssen. Gebet ist Arbeit. Wir richten unsere Gedanken auf den Herrn. Wir sind abhängig von ihm. Und ich bin überzeugt davon, dass wenn wir alle zwei Wochen am Donnerstag gemeinsam hier essen würden, dann würden wahrscheinlich sehr viel mehr Leute kommen. Es fällt uns schwer. Aber wir müssen uns immer wieder daran erinnern. Betet und wacht. Und selbst wenn du gefallen bist, bitte Gott um Gnade. Bitte ihn um Vergebung und um Wiederherstellung. Und in dem Moment, wenn du, wenn du in einem Griechen umgekehrt bist, dann kommst du zu Gott in der Heilung und bitte ihm Hilfe. Zweitens, Erneuerung eures Sinnes. Zweitens, Erneuerung eures Sinnes. Nun, es gibt immer noch genug Christen, die meinen, sie könnten mit ihren Gedanken tun und lassen, was sie wollen. Es gibt noch genug Christen, die meinen, sie könnten mit ihren Gedanken tun und lassen, was sie wollen. Sie müssen nichts filtern, was sie schauen, was sie lesen, was sie hören. Alles, was die Welt ihnen bietet, kann man einfach bedenkenlos anhören. Dabei merken sie nicht selbst schon gar nicht mehr, wie sie davon geprägt und für die Sünde abgestumpft werden. Und bei dem sie sogar nicht merken, wie sie diese Information sie formiert und sie von Gott abgestimmt. Römer 12, Vers 2 sagt Paul aus Römer 12, Vers 2. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Der Prozess der Heiligung, er muss mit der Renovierung unserer Gedankenwelt einhergehen. Ich habe zu oft erlebt, dass Christen sagen, ich muss nicht viel über Gott nachdenken oder so viel die Bibel lesen. Ich habe sehr oft erlebt, dass Christen nicht viel über Gott nachdenken oder so viel die Bibel lesen. Oder noch christliche Bücher oder irgendwelche Predigten außer dem Sonntag hören. Sie seien ja keine Prediger. Sie seien ja keine Prediger. Ist ja richtig, aber da ist doch schon die Niederlage bereit. Da ist doch bereits die Niederlage vorbereitet. Wenn du deine Gedanken nur am Sonntag mit Gott füllst, dann was denkst du denn, was am Samstagabend schon davon übrig ist? Nun, wovon sind deine Gedanken jetzt gerade bei der Predigt geprägt? O чем du denkst, genau jetzt? Чем наполнit deine Gedanken jetzt, in diesem Moment? Du hast sicherlich gerade darüber nachgedacht. Nun, was war gestern, was war vorgestern? Was habe ich geschenkt bekommen? Was habe ich nicht geschenkt bekommen? Oder was werde ich heute noch alles unternehmen? Was muss ich heute noch alles tun? Wir haben es verlernt, zuzuhören. Wir haben es verlernt, nachzudenken und zu konzentrieren. Ja, selbst eine Predigt von 50 Minuten ist uns schon zu viel. Даже Propovid, которая dлится 50 Minuten, очень часто для нас это уже сильно много. Hast du schon mal einen Obstkorb gesehen, in dem eine Frucht faul ist? Ты видел же однажды Korb с Fruktами, в котором один Frukt начинает гнить. Was passiert, wenn ich diesen liegen lasse? Что случится, если этот Frukt оставит, там лежать? Nun, alsbald wird der gesamte Korb faulig. Вскоре вся Korzina начнет гнить. Kommt dir ein falscher Gedanke, so töte diesen Gedanken durch die Wahrheit Gottes. И поэтому, когда приходит хотя бы одна плохая мысль, то убивай эту мысль. Erстicke solche Gedanken. Удушай такие мысли. Einige Leute, sie denken, oder es gibt ein Gerücht, dass Esel wohl stur und dumm seien. Nекоторые люди думают, oder es ist, так говорят, dass Osлы это глупые животные. Doch Esel sind zwar eigensinnig, aber sie denken mehr darüber nach, was sie tun. Wenn ein Esel stehen bleibt, dann ist es ein Zeichen dafür, dass er Gefahr wittert. Wenn ein Esel останавливается, dann ist es ein Zeichen dafür, dass er eine Gefahr wittert. Sie rennen nicht einfach los wie Pferde. Sie analysieren die Gefahr, sie bleiben stehen und sie sogar verstecken sich. Und das kommt alles daher, dass Esel eigentlich aus ursprünglich felsigem Boden kommen, wo sie nicht einfach losrennen dürfen. Und das происходит из-за того, dass Oslые раньше жили in skallistых местностях, wo sie nicht einfach losrennen können. Esel bleiben stehen, wenn sie Gefahr sehen. Когда sie fühlen, sie fühlen, sie останавливаются. Machst du Stop bei falschen Gedanken? Оstanавливаешься ли ты, wenn к тебе приходят неправильные мысли? Oder gehst du ihnen weiter nach? Oder du siehst du weiter. Heiligkeit, sie besteht nicht in mystischen Spekulationen. Oder irgendeine Selbstkasteiung. Sie besteht einfach darin, so zu denken, wie Gott denkt. Она состоит в том, что мы должны учиться думать так, как думает Бог. Das zu wollen, was Gott will. Желать то, что желает Бог. Unsere Werte und unser Blick auf die Welt vom Wort Gottes bestimmen zu lassen. Для того, чтобы наши Ценности Mit Gottes Willen meinstimmen. Und dann will ich auch das, was Gott will. И тогда я начинаю хотеть именно то, что хочет Бог. Drittens, treibe keine Vorsorge für das Fleisch, damit Begierden wach werden. Drittens, не делайте поблажих плоти, чтобы не пробудились похоти. Wir lesen in Römer 13, Vers 14. Сынан, zieht den Herrn, Jesus Christus, an Und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, Dass Begierden wach werden. В Римлянам 13, 14 мы читаем Но обликитесь в Господа нашего Иисуса Христа И попечения о плоти не превращайте в похоти. Weigere dich, deinen fleischlichen Lusten nachzugehen. Отказывайся следовать за своими похотями. Спреche dich für Tod, für die Сünde. Спреche dich für Tod, für die Сünde. Признавай себя мертвым для греха. Wenn du mit Genuss, Sucht zu kämpfen hast, Dann lade nicht einfach beim Einkaufen Alles in den Einkaufswagen, was dir gerade so einfällt. Если у тебя есть проблемы со сладостями, То не наполняй корзинку полной сладостями, Когда закупаешься. Wenn du mit sexuellen Begierden kämpfst, Dann fülle deine Sinne nicht mit irgendwelchen Bildern. Если у тебя есть какие-то сексуальные проблемы, Не заполняй свои мысли какими-то картинками ненужными. Wenn du nicht fallen willst, Dann geh nicht dorthin, wo es glatt ist. Если ты не хочешь упасть, Не ходи в то место, где скользко. Treffe alle Vorkehrungen, Damit du bloß nicht in Сünde gelockt wirst. Соблюдай все необходимое, Чтобы не попасть на крючок. Четвертое, Воздерживайтесь от плотских Пахотей. Петр говорит, Возлюбленные, Прошу вас, Удаляйтесь от плотских Пахотей. Другими словами, Оставьте вашу Пахотей. Соги нею дати, Хайди дичь ферн дати. Скажи нет, Отдалийтесь от этого. Павел говорит, Удаляйтесь от Пахотей. Genau. Или убегай от Пахотей. Мы должны убежать от Пахотей. Делать все возможное, Чтобы уйти от нее. Если ты хочешь убить грех в твоей жизни, то перестань его делать. Он не говорит здесь, что у тебя есть какая-то Пахотя, ты не можешь поступать. Он говорит, уходите от этого. Хер auf. Перестань. У тебя нет никакого права, это делать. Или даже думать. И никто другой не может это сделать за тебя. Ты сам должен это делать. Начинай с этим сейчас. И не стоит ждать, от какой-то силы, которая упадет с неба и автоматически освободит тебя от этого. Martin Lloyd-Jones, сказал, я не знаю ни одного места в Писании. И я говорю, это обдумано, которое призывало бы меня взять свой грех и принести его Богу в молитве, прося его избавить меня от него, а затем с верой уповая на то, что он сделает это. Пауз, перестань, отнеси назад. Перестань, отнеси назад. Но просто оставь этот грех. Многие люди думают, что они должны получить какое-то особенное переживание, какое-то знак из неба, для того, чтобы освободиться от разных греховных греховных. Что говорит Бог? Он говорит в 2. Петрус 1, 3, «Соя гетная мощность у вас есть все, что у вас есть все, что у вас есть, что у вас есть, что у вас есть. В 2. Петра 1,3 написано, его божественная сила, дарованная вам все, что относится к жизни и благочестия». Я тоже не полностью. И последний пункт, это, положите свое сердце на Христа. Это возможно, что 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 у нас есть все, как Христианин. Усер гетная мощность нашей Радости, что это может быть, Иисус Христос. И Псалм 73, Верс 25, говорит, «Кто мне на небе и с тобой ничего не хочу на земле?» Это говорит о глубоком исполнении в Господе. Даже когда грех искушает тебя, ты отвергаешь его, потому что ты имеешь радость в Господе. Почему? Потому что радость вашего сердца Христос. Потому что радость вашего сердца Христос. желаешь ли ты, кроме Иисуса Христа, что-то еще? Мы сегодня видели, что Бог является святым Богом. И каждый когда-то предстанет перед этим святым Богом. Как мы предстанем перед ним? Мы видели с вами, что Исайя не был новообращенным перед Богом. Он уже стоял в служении, но он был новообращенным чтобы мы жили свято. И знаете, это единственное, что этот окружающий мир может видеть в нас. В темноте очень хорошо виден свет. Какое желание у тебя на грядущий 2022 год? Божья воля для тебя это твое освящение. Субтитры создавал DimaTorzok